Wir haben in der Bibel ein Wort, was sehr wichtig ist für uns alle. Dort wird es Versöhnung. Versöhnung ist sehr wichtig für alle Menschen. Und look at Kapitel 5 hier, und da haben wir die Geschichte von dem Verlorenen sehen, aus der Träkenten aus seinem Vorder. Dann räumt der Vorder am Ende jählen und es am Gott. Dort wird eine Versöhnung zwischen den beiden. Die werden erst weit auf den Eind in ihrem Sehen und körperlich. Aber nun werden die versänt und das, was Gott von uns alle haben will. Hier ist eine Geschichte von Hans George Wagner. Und er stand an dem Telefonboden und will eine Nummer drücken. Er schweigt in der Hänge, dort hört es schlug so pinig. Er ist sehr nervös. Er weiß nicht, was alle soll, jeden von ihm. Dann während er durch Stunden rannt, er hat sein Leben aus dem Film für seine Augen. Er hat einfach Angst. Er wundert, wo wird mein Vorder ausgeladen. Vielleicht ist er bedrunken. Oder wo ist er? Vielleicht in einem alten Heim oder wo immer. Er hat ihm all nicht geschehen von der Nähe in Tieren 51. Dort wir saßen 40 Jahre zurück. Dort soll sie erlangen. Als ihn vor, dass wir aus dem Gefängnis zurückgekommen haben, hat er einen Brief geschrieben. Aber Hans hat nicht zurückgeschrieben. Dann hat er wohl mit dem Vorder nichts zu tun. Und er weiß nicht, ob der Vorder vielleicht gar nicht will, ob er seine will, oder nicht. Vielleicht ist er überhaupt nicht tot. Er lebt dann das Geld in dem Vorderboden, in den Vorderboden, in den Lütenbästen, in seinem Leben. Er randt an der Fähre und denkt, hey, wo er ist abgetrocknet. Und seine Mutter hat sich sehr jung befriedet. Und er ist nicht trüge geblieben zu ihren Einheit versprechen. Ein Vorder hat man nicht einmal gestohlen. Und andere Sachen angegangen worden, dass er schlecht wäre. Man nicht einmal sind in seinem Haus bedrunken. Als Hans das Jahr alt ist, dann wird Vorder wahrgenommen. Und im Gefängnis angestabt, vor 20 Jahren für ein Verbrechen. Nur dem hat er dem niemals mehr gesehen. Mutter und seine Großmutter, mit der hier drauf wohnen, die sehen immer Hans, du hast aber sicher kracht, so ein Schlingel aus dem Vorder. Du leckst dem aber so kracht. Mit die wird er sicher nicht geben. Die Lehrer in der Schule sehen auch so. Auch noch die Kinder in der Schule sehen immer Hans, du hast bloß kracht, so ein Baum aus dem Dad. Und mit der Zeit fang ich an, so zu leben. Wenn ich aus dem Baum angesehen war, dann lebte ich auch so. Ich fang an zu schmecken, ich fang an zu drinken, und noch sogar zu stehlen. Aber innerlich will ich so ein Leben gar nicht führen. Innerlich schrie ich mein Herz nur live. Aber ich fang keine live. Da wäre kein Mensch, was mir gut wäre. Ich wüsste nicht, dass es ein Heiland wäre, was mir gut wäre. Denn ich habe noch niemals gehört, dass es ein Heiland wäre. Ich verliebe die Schule so schön, dass ich kann. Ich rande überhaupt noch weg von Haus. Aber das wäre alle mein Geld. Und bald sage ich, ob ich so ein Leben als das, dort werde ich bloß nicht. Dann komme ich auch noch im Gefängnis aus meinem Vater. Mein Geld wählen, das hat immer keinen Grund. Das fällt immer da. Ich nahe mich alles auf den Fähren und das halbe nichts. Dann dachte ich so, ich würde mich eine Marine vermeiden auf dem Schöp. Und über das mein dann für zwei Jahre ein Eind. Das war ich dieid. Und über das Schöp, da lerde sie mich Disziplin. Das mein, die schau sehr kracht blank an alle Morgen. Die Kleider mussten geprast, sehr kracht stöhnen. Kracht um Klockentieg mussten wir abstöhnen und um Klockentieg zur Maltid kommen. Als die zwei Jahre an wären, dann habe ich meine Wahlenskraft. Das haben die mich da beigebracht. Das wusste ich, dass ich beständig bliebe. Dann lerde ich auch noch tun auf Kord. Ich ging zurück in der Schule. Nun habe ich die Möglichkeit zum Lernen. Und ich möchte mich für viel Geld. Auch noch den befrieden ich mich. Wie kaufte ich uns ein großes Haus. Denn ich gehe, wir haben auch noch Geld an der Bank in ein paar Jahren. Bald haben wir auch noch ein paar Kinder. Wir haben alles, was Menschen endlich wählen. Aber wir wären nichts nicht glücklich. Wir fällen uns keinem zufrieden. Keinem nicht, sei ja lustig. Mit einem Tag sage ich mir in der Früh, soll ich vielleicht einmal nach Kork kommen? Na, ich weiß nicht, ich wäre noch niemals in der Kork gewaßt. Ich wüsste endlich gar nicht, da war eine Kork wieder. Aber da war eine Kork dicht bei. Da sahen wir immer viele Menschen anwanken am Sendag. Na, wir gingen da mal an seinen, was es würde geben. Wir dachten so, das konnte ich nicht schaden. Aber an dieser Kork, da wurde der Herr Jesus gepredigt, als Erleiser und Seiligmerker. Und dass er uns alle Geld wird und uns anladen, um zu kommen. Das war gerade, was mein Herz noch gesagt hat, all diese Jahre, ohne dass ich das wüsste. Dass dir nicht lang, dann wird ich in Christ, in meine Früh auch. Und bald nachdem, ging ich zurück in der Schule. Aber nun ging ich nicht in einer anderen Schule, sondern ich ging in einer Bibelschule. Ich wollte Gottes Wort mehr lernen. Mein Herz hat mir so geholfen, dass ich mehr wüsste von meinem Heiland. Dass dir nicht alle anderen, mögen die mich dort um Predia bei der Kork. Für mich ist 20 Jahre, hat uns das nun so schön gegangen, wir haben so große Freude, und wir haben niemals gedacht, dass der Konzelschein gingen. Und niemals dachte ich an meinen Vater. Wenn ich einen Tag allein sah, in einer Schrift laus, laus war ich die Geschichte von dem verlorenen Sehen. Und als ich das gelesen habe, mit einem Häuschen fliege mein Gewissen. Dann sah ich dort Gewissen für mich, wo ist dein Vater? Nein, ich weiß nicht. Worum weißt du nicht, wo der ist? Ich habe alle sollten überreden. Ich hatte doch keine Schuld, und ich war noch mal so ein Jahr, als ich war, in einem Gefängnis. Und Mutter sieht immer, dass wir so ein schlechter Maul, mit dem sie so die Nüchte daunen haben. Ich sende mich an die Sache, auch schuldig. Aber das Gewissen legt mich keine Freude. Als er mit der Tüte, dann wüsste ich, was ich zu daunen habe, und warnt euch nur in einem Gefängnis, wo ich 20 Jahre wie ich warst, und fragt mich an mein Vater, aber sie wusste nicht, wo er geblieben war. Dann sagte ich zu meiner Frau, ich habe noch immer den alten Brief, weil wir mal in der Stadt fahren, von wo der Brief gekommen ist. Und siegten da, wie vor in der Haan, wie in der Grote Stadt, wie in der Mittag im Restaurant. dann nahm wir uns das Fondbuch und sagten nur so einen Namen. Denn er hat in seinem Brief geschrieben, dass er sich nie einen Namen gab, als er aus dem Gefängnis rauskam. Und wir fangen den Namen da. Nun stand ich hier gerade am Telefon in der Bode, und ich drehte die Nummer, und dann einmal sagte er in der Stimme, Hallo. Ich fragte, ist das Mr. Snyder? Ja, sagte er, das ist. Ich fragte, ob du mal in den Sehen mit Namen Hans-George-Wagner? Ja, sagte er, ich habe. Ich zei, weißt du, wer hier redet? Dann wüsste ich in der Stimme, sag ich wie ich, sag ich leise. Dann sagte er, ja, du bist mein Sehen Hans. Und dann wird er ein Klick und er wird das Fond stellen. Was nun? So weit wir wieder kommen, und nun wird er aus. Ich steppe noch einmal Geld an und direkt war er das Nummer. Dann sagte er, ich wäre so verbleibt, dass mir das Fond aus der Hänge fällt. Ich fragte ihm, ob ich dich kommen besuchen, ob er sich hier in der Stimme sagte er. Er sieht uns die große Nummer auf der Hausnummer und wir fangen da rückbaut. Wir haben uns vergestellt, er würde in einem alten Club wohnen. Mit einmal sag ich meine Frau, das Nummer soll die sein, dass ich über ein Seher schmacket Haus. Als die Dären abging, dann stand da ein großer, steiler Mann. Keiner wurde ihm gesagt, dass die 74 Jahre alt wäre. Er fragte uns zu nennen, wie wir alle bei dem Bett geblieben sind. Er wohnte ganz allein, alles wie Seureien, gerade abgeräumt. Er war gerade eingetragen, wie wir alle so fremden. Und dann dachte ich so, das sind ja nichts, da nur mein Vater soll ein Baum sein. Als wir dann im Bett spaziert haben, dann sah ich ihm, wo er mein Leben hat, da ich gelebt, von meiner Schule geworden, wo er mich auf dem Schöpfe meint, da ist er schließlich wie ein Prediger geworden. Ein Vater sah bloß ein Neckkopf, aber einmal fragte ich ihm, vor dem Wurden, dass er die Neckkopf nicht hatte. Oh, sagte er, dort, was du hier sagst, dort weiß ich alle. Na, wo kannst du dort warten? Ich passe immer ab, wo du bleibst, jung. Ich habe immer die kleine Zeitung von der kleine Stadt gelesen. Ich habe immer mit ihm gekämmert, wo du wirst, aber willst du nicht geschrieben, haupt, dass ich dich schreibe, dachte ich so, du wusstest nicht von mir. Und da weintrach ich mein Träger. Dann konnte ich sperren, wo mein Vater sich über so gebangt hat, nur seinen Jung. Als wir dann bald mussten Träger fahren, dann stand wieder Böten auf dem Gras, wie der Gaus. Dann sah die Vater mit einmal jung, worum hast du so lange gewacht, mitkommen. Die Freude schnägt mich über seine Deib. Ich fragte ihm dann, dass andere würden dann sein, wenn ich aus Predia würde ein Dankgebet sein. Und sagte er, siehe Gieren. Wie wäre am Orden uns dann, wenn ich dank Gott da, dass er uns hart tipp gebracht und dass wir uns verseinen können? Wie wäre verseinen denn uns da? Ich muss heilen, und Vater heilt auch. Die Träger, die wir in Seher seid, die wir in der Versöhnung von Gott durch seinen Geist hat gedrehen. Mein Hort ist noch nie Eier so rein gewacht und meine Freiheit so graut. Und dort ist es da, wo wir uns vereinigen, so es dort im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 20 sagt. Gott beschlägt euch, den Sehen der Welt weiter mit sich selbst zu verseinen. Aber wie sollten solche Worte zu daunen? Soll Gott auch möchten fragen, warum hast du so lange gewacht mit nur mir kommen? Denn ich habe jedoch immer geraubt, kommt nur mir alle, die je mei den Schuhe belohnen sind, denn ich will Ruhe schaffen für jenes Heil. Ich will Ruhe